Und dann ist es soweit. Es ist geschafft. Nach sieben sieglosen Spielen hier zu Hause endlich wieder ein Erfolg. Und der war gegen den Top-Favoriten und Spitzenreiter der Liga nicht einmal unverdient. Erleichterung. Was für eine Woche. Der dritte Sieg in Folge. Christian Müller mit zufriedenen Thüringer. Ich freue mich erstmal eigentlich über eine perfekte Woche, die wir jetzt absolviert haben. Ich glaube, mit ganz, ganz viel Zeit und Kraftaufwand haben wir uns mal was richtig Gutes getan. Und ja, heute natürlich krönender Abschluss. Und ich denke auch nicht ganz unverdient. Ist Jena über den Berg? Noch lange nicht. Ich glaube, es kommen noch viele schwere Spiele auf uns zu. Und immer diese gleiche Energie aufzubringen, das wird nicht einfach sein. Aber wir werden daran hart arbeiten. Jetzt habe ich die Jungs erstmal zwei Tage freigegeben. Sonntag, Montag. Wir werden Dienstag früh wieder die Vorbereitung auf Braunschweig aufnehmen. Jena hat mit Leidenschaft gespielt. Sie haben noch nicht mal ein gutes Spiel gemacht, aber das hat gereicht. Wir haben die Zweikämpfe angenommen, haben zerstört, haben ein Tor gemacht, da konnten wir drauf warten. Und wir haben zugeschaut. Das war die erste Halbzeit so. Wir hatten überhaupt keine Linie im Spiel. Wir haben aber gut dagegen gehalten. Und von daher ist es aufgrund der Chancen, die wir auch gehabt haben, nicht mal unverdient. Es war der erste Sieg der Jena gegen die Kickers aus Offenbach, die sich den Ausflug ins Paradies auch ein bisschen anders vorgestellt haben. Zwei Tage frei für einen Profifußballer, schon fast ein Weihnachtsgeschenk. Hier freut sich alles über diesen schönen Erfolg. Und mit diesen Bildern zurück ins Studio. Und damit zur anderen Mannschaft aus Thüringen.